Sie sind Kunde bei einer Bank geworden und haben dort ein Konto eröffnet. Nach einigen Tagen erhalten Sie Ihre neue Bankkarte. Es gibt rote, gelbe, grüne und blaue, je nachdem bei welcher Bank Sie sind. Fast alle Karten haben die gleichen Funktionen. Aber bei uns, den Volksbanken Reifeisenbanken, erhalten Sie mehr als eine einfache EC-Karte. Mitglieder bekommen bei uns die VR-Bankkarte Plus. Bei uns, den Genossenschaftsbanken, können Sie Mitglied werden. Und das bedeutet, Sie werden Teilhaber Ihrer Bank und damit Teil einer Gemeinschaft, die zuallererst Ihren Mitgliedern verpflichtet ist. Deshalb ist die VR-Bankkarte Plus mehr als eine klassische Bankkarte. Sie ist gleichzeitig Ausweis Ihrer Mitgliedschaft. Mehrere Millionen Mitglieder in Deutschland nutzen bereits die VR-Bankkarte Plus. Gegen Vorlage der Karte erhalten Sie zum Beispiel Sonderkonditionen in verschiedenen Freizeit- und Vergnügungsparks, Eintrittsrabatte für Musicals, Konzert- und Theaterveranstaltungen bundesweit, Vergünstigungen im Einzelhandel oder in der Gastronomie, sowie viele weitere exklusive Serviceleistungen bei unseren Plus-Partnern. Damit Sie auch unterwegs immer wissen, welche Vorteile Sie nutzen können, haben wir Apps für Smartphones entwickelt, die Ihnen den Weg zu den über 15.000 Plus-Partnern bundesweit zeigen. Mit Ihrer Karte haben Sie mit rund 19.600 Geldautomaten außerdem Zugriff auf eines der größten Servicenetze Europas. Das edle Design der VR-Bankkarte Plus ist einzigartig in Europa und unterstreicht, wie wertvoll uns unsere Mitglieder sind. So wertvoll, dass wir für Sie mit der VR-Bankkarte Plus goldene Zeiten anbrechen lassen. Lassen Sie sich in einer Filiale in Ihrer Nähe von uns beraten und nutzen auch Sie alle Vorteile der VR-Bankkarte Plus.